Eine davon war zum Beispiel eine kamerunische Zeitung für die Diaspora in Deutschland. Das haben wir schon realisiert. Es gibt schon ein CDNG-Magazin, das die Cameruner jetzt bekommen können und können lesen und sehen, was so passiert, warum und wieso. Wir haben uns auch eine Homepage gemacht, sodass alle Informationen direkt auf Internet bekommen können. Und deshalb haben wir erst mal auf der Kommunikationebene versucht, alles bereitzustellen. Dann, wenn man die Projekte jetzt konkret anschaut, kann man sagen, dass wir uns vor haben, eine E-Held für Camerun zu etablieren. Was ist E-Held? E-Held ist eine Art Telemedizin. Wir wollen, dass die Ärzte, die kamerunische Ärzte, und wir haben in Deutschland ungefähr 400 niedergelassene Ärzte, die in Deutschland arbeiten. Wir wollen, dass die auch ihren Beitrag zu der gesundheitlichen Versorgung in Kamerun dabei führen. Und dafür haben wir mit unseren Ingenieuren, mit unseren Informatikern eine Netzwerke, eine Plattform entwickelt für die Kommunikation. Heute, wo wir reden, ist es schon möglich. Täglich ist es möglich. Jetzt, was man dafür auch braucht, ist eine Stromversorgung. Wir wissen, in Kamerun Strom gibt es nur in großen Städten. Und da wir erst mal anfangen wollen mit der benachteiligten Region, also die Dörfer, haben wir ein Stromproblem. Deswegen haben wir auch heute plädiert für eine Hilfe, was die Batteriezelle angeht. Wir wollen auch gerne Photovoltaikanlagen in eine Krankenhäuser, wir haben auch schon eine ausgesucht, wo wir das ganze Projekt installieren wollen. Ein Pilotprojekt, das ist mit E-Held und mit der Stromversorgung aus Solarenergie. Man sieht hier, es ist nicht nur ein Transfer wie bis jetzt, aber es ist auch mit einem Know-how-Transfer verbunden. Wir denken schon, dass wir haben viel Potenzial. In dem ersten Projekt E-Held und Photovoltaik Solar, es geht darum, auch unser Potenzial, die die Anfälle haben, in diesen Bereichen zu nutzen. Um etwas Größeres mit Mehrwert zu machen. Das heißt, viele von uns können sehr gut programmieren, andere sind Elektroingenieure. Das heißt, die Installation an sich werden wir selber machen. Und somit werden wir einen Mehrwert schaffen. Es gibt noch Handlungsbedarf in dem Bereich. Ich finde, man sollte die Diaspora auch an den Prozess der Gesetzfindung bzw. Gesetzschreibung integrieren. Weil meistens ist es so, dass viele Leute über Migranten sprechen, ohne einmal im Ausland gewesen zu sein. Ich meine nicht im Urlaub, aber ich meine ohne das gespürt zu haben, was bedeutet, Migrant zu sein. Und wir glauben, in so einem interaktiven Prozess, in einem Kommunikationsprozess, es kann am Ende eine Win-Win-Situation sein für Deutschland, aber auch für uns. Weil, wer bin ich? Wir wohnen in Deutschland, aber wir haben ein Bein oder unsere Familie in Kamerun. Das heißt, ja, wir wollen erstmal für uns in Deutschland etwas Besseres haben, aber auch für unsere Leute, für unsere Familie, die in Kamerunen sind. Ich glaube, am Ende nützt keiner, wenn die 20 Millionen Kameruner nach Deutschland kommen. Und wenn Afrika sich total auslädt und nach Deutschland oder nach Europa kommt, wir müssen sehen, wie wir es erreichen können, dass die Leute in Afrika bleiben und die dabei glücklich sind.